Ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Da geht's nicht weiter. Erzwungener Kampf. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ihr habt 180 Fizz gewonnen. Danke, dass ihr mich vor diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ich kann nur Ja sagen. Übrigens, ich heiße... Teres. Okay. So, bevor wir da oben in die Höhle gehen, schauen wir mal, was hier unten noch ist. Nichts. Nichts. Schade. Die Kristallhöhlen. Oh. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens, fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie er heißt. Klingt... Ja, ist okay. Höhlenmonster. Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. So, Rundenkämpfe. Oh, Copras. aus. Magie. Wunderbar. Hier gibt es nichts, also gehen wir wieder hoch. So, was haben wir hier? Trank gefunden. So, wunderbar. 120 Gliss, 50 Gliss. Trank. Wow, da ist schon ein nächster Kampf. So, und der letzte. 190 Gliss. Wunderbar. Was haben wir hier? Daneben. Daneben. Komm, stirb schon. Na, geht doch. So. Oh, da ist eine... Da komme ich nicht dran. Okay. Ach, war ja so klar, dass die nur einen Schaden macht. Erfahrungspunkte. Uh. Erfahrungspunkte sind immer gut. Da sind wir doch schon aufgestiegen. Wunderbar. So. Was gibt's da? Lebensquelle. So, speichern. Daneben. 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 47 Sag mal! Gibt's ja nicht. Treff ich auch nochmal? Och, komm schon! Kannst du auch übertreiben? Da oben scheint der richtige Weg zu sein, aber es ging hier noch ein anderer Weg vorhin entlang. Da muss ich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Wir wollen ja in dem Spiel nicht wirklich was verpassen. Hm. Okay, den Weg hätte ich auch noch sparen können. Naja, wir sammeln auf dem Weg noch ein bisschen Erfahrung. Das schadet sicherlich nicht. Und ja, ein bisschen Geld schadet auch nicht. Ja, so könnte das immer laufen. Ah, das sieht doch schon mal viel besser aus, wenn wir immer treffen. Oh, leben und nochmal leben. Wunderbar. Speichern wir nochmal. Okay, da komme ich nicht durch. So. Was ist das? Ah, ein Schalter. Skaven. Okay. Gut, schauen wir mal. Durch den Schalter kommen wir jetzt höchstwahrscheinlich oben durch, äh, diesen versperrten Durchgang durch. Hoffe ich zumindest. Oh. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er... Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Boss-Animation. Wow. Wir wollen ja nicht, dass hier Keres stirbt, das heißt, die wird sich hier hauptsächlich mit dem Heilen aufhalten. Komm, greif mal Klink an, blöder Boss. Wie geht. Komm, wie geht es? Komm, wie geht es. Wie geht es? 嘉, komm, wie geht es? hosted. Ihr habt 420 EP gewonnen, Klink hat Stufe 5 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht, Keres hat Stufe 5 erreicht, ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht, die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Oh, die dritte Dimension, die Kraft des Kristalls ist unglaublich, jetzt kann das böse mein Dorf bedroht bekämpft werden, um an ihn zu gelangen müssen wir aber die Nora Mine durchqueren, danke für eure Hilfe, ihr seid mein Held. Gut, ok, und jetzt, oh. Gibt es hier irgendwo was? 16-Bit-Musik, hey, jetzt wird es aber langsam. Was haben wir hier? Herzen! Oh! Ein Stern! Zumba... Zumba... Kommen wir schon nochmal? Zumba.. Zumba... Zumba... Ja, Zumba... Da kommen wir nicht durch... Moment, da kommen wir durch... Oh... Pixel-to-texturen... Bevor ich da unten weitergehe, will ich noch kurz schauen... Ups... Nein... Hallo... So... Okay, sieht nicht so aus, als ob es hier noch was geben würde... Das heißt, wir gehen mal wieder hier runter... Okay, was haben wir hier... Der Dimensionsstein versperrt den Weg... Versuche es mit dem Fahre im Osten... Oh, ich weiß, wo wir sind... Haha... Speichern wir mal... So, wo war das... Hier unten müsste es irgendwo nochmal so einen Dimensionsstein gegeben haben... Jawohl... Da ist er... Lebensbonus... Monster werfen Herzen ab... Herzen sind gut... Die... Nehme ich natürlich gerne... Oh... Somebody... Kamerasoomen... Oh... Hm... Da geht's nicht durch... Aber wir können ja hier lang gehen... Ein Stern... Oh... Ein Stern... Oh... Ein Herz... Oh... HD Texturen... Hey... So langsam... So langsam... Sieht das Spiel doch gar nicht übel aus, hm? So... Oh... Na... Okay, wenn's da weitergeht... In der Story... Dann... Gehen wir hier lang... Und schauen mal, was es sonst hier noch so gibt... Ein Stern... Gehen wir oben... Vielen Dank.